Hey, 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 was geht ab? Hey, 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 hey. Der Telefon hier reint die ganze Nacht. Hey, hey, die ganze Nacht. Also, wie im Vlog, auch schon angekündigt werden wir. Leiteranruf. Wir haben ein paar Nummern bekommen. Matics. So ganz, ganz, ganz viele Nummern. Du, 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 du. Das ist die Mailbox. 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 Das antwortet nicht. Das antwortet nicht. Ich kann Englisch. Ich kann Englisch. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Viele Ziffern habe ich nicht vor seiner Schule gesehen. In der Schule gibt es Ziffern. Ja. In meiner gab es keine. Ich hatte zwei. Ich hatte zwei. Ja. Ich wollte mit dir reden. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Ich habe noch nicht mal was gesagt. Ja, was geht ab? Ja, halt. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe noch nicht mehr. Wie geht es euch Mädchen? Gut, auch eine Antwort. Wow, nein, das ist schwul aus. Das sieht schwul aus. Das ist schwul aus. Ja, das sieht alle schwul aus. Ja, aber lass es so. Schwul. Ja. So, schwul. Ja, das sieht ganz. Also ich habe bei dir angerufen, weißt du, und du warst nicht da, du wolltest nicht mit mir reden, oder was? Ähm, ja, hallo. Wir sind verbunden mit einem Menschen aus irgendwo in Deutschland sein, die sie machen. Haben, werden können. Siehst du? Ja, siehst du. Sie hat aufgelegt. Du bist schuld. Du hast so komisch deutsch geredet. Ich habe einmal, ich habe deutsch geredet, das war doch. Ich habe so komisches, komisches, gebrochenes deutsch. Nee. Yeah! Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so geil, oh mein Gott. Aber ich habe gerade einen Film geschaut, aber... Was für einen? Der Clips, ähm... Oh mein Gott, der Clips. Du warst nicht. Sag bloß, du warst im Kino. Nein, ich habe kein Geld, um zu gehen, deswegen schaue ich mich die Filme im Ehe. Illegal! Oh, 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 oh! Das ist aber nicht so schlimm, das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ja, nee. Als Regissör würde ich auch sagen, ja passt, mein Film umsonst, ja, kein Problem. Wer findest du besser, Robert Pattinson oder Tyler Swift? Ja, Team Jacob oder Team Edward. Ähm, keiner von beiden. Ich mag eigentlich die Filme nicht. Du stellst auf Bella, gibst du. Bella. Ja, Bella. Oh ja, die Ereise Schnitt. Äh, ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Alter. Digga, was geht? Wie ein Bum, 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 bum. Du singst auch gar nicht mit, willst du mich verarsche? Wie kann ich das wissen, wenn ich das gar nicht kenne? Ja, ich kann das auch nicht, aber ich versuche es zumindest, komm. Ja, ich hab das ja noch nie gehört. Ich hörs gar zum ersten Mal. Ja, 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 ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie böse ich gerade gucke. Ganz böse, ganz böse. Ist das böse? Super leise. So, jetzt der böse. Ich bin böse. Es ist voll böse. Sternzeichen. Meist der Zeichen. Nein, meist. Auf ihre Stimme hören. Die flüstert leise, sprich ihn an. Er traut sich nicht. Hast du verstanden? Er traut sich nicht. Und du? Ich hab nicht mal jemanden. Ja, 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 ja. Und was ist mit dem von dort da dieser da? Wer dir das? Weißt du der? Weißt du noch? Nein. Bist du eine Russin? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ist gar Russisch. Ja, ja, ja. Deswegen sag ich auch die ganze Zeit ja. Wieso zwingst du den Jungen die Sprache zu reden? Ja, sag doch gleich, dass du Russisch kannst, Mensch. Da muss ja kein Bayerisch sprechen. Ja, ja. Ja, da muss ich mich nicht so aussträge. Ich kann, ich kann Deutsch besser als Russisch. Das hört man. Aha, aha, aha. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Du kannst zur Zeit leider nicht entgegengenommen werden. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Schönen Tag noch. Oder schönen Abend. Oder. Schönen Morgen. Oder beides. Tschül. 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 Tschül.